Für unseren Nachfänger gab es kein Problem hier im Galopp-Mundenwerb. Ah, nur noch, wenn man das geschafft hat. So, jetzt zum Pulvermanns Grab. Haben wir Weißgüsteich geht in den Bergen? Genau. Dann einmal durch den Maßstab. Haben wir hier leichte Unsicherheit durch den Wassergraben. Perfekt gemeistert, jetzt über die Berge. Ihr müsst antworten, Freunde, wo seid ihr denn? Jawohl. Einmal durch das N hier. Und dann weiter diese Umweg. Eine Runde um den Baum. Lass ihn auf über den Hachlinger. Unser Sporthachlinger hier noch einmal rum. Zwischen dem Ruhm und einer Sprung. Der Ruhm und der Prinzessin bereit hatten. So, und jetzt schnell die Prinzessin aufladen, umdrehen und den ganzen Weg zurück. Ja, mit der Leska der Sack machen wir das doch. Los geht's noch einmal um den Baum. Oh, yeah. Jawohl. Und jetzt schnell die Prinzessin. Wunderbar. 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 Der Kotz kommt aus in brutally . Keine sehen. Alles ist los. Mit dem Hachlinger. Wir helfen mal ein bisschen mit. Hachlinger. Cack. Liebe Trittin, jawohl. Und Torpult vom Mannsgrab. So, Endspurt, noch einmal Salom und dann geht's zu Hause. Hier einen großen Endspurt-Amplaus in der Südkurve, bitte. Frau Rundtika, es kommt! Und Sushi! Alles klar, was macht die Zeit? Hundert, komm und...